Eins kann man dem Markt aktuell nicht vorwerfen, dass er Begeisterung für Käufe ausströmt. Das kann man wirklich so sagen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Schauen wir mal so ein bisschen quer über die Indizes. Fangen wir mit dem DAX mal an. Ich habe hier noch eine alte Zeichnung von vor wenigen Stunden oder Tagen drin. Und ihr seht, es hat sich da noch nicht wirklich was ergeben. Der Anstieg ja, der Rücksetzer ja, der Anstieg nach oben. Dann muss das aber korrektiv sein. Und es müsste idealerweise irgendwie hier Anzeichen dafür geben, dass der Markt auch wirklich willig ist. Und wenn wir uns das mal angucken, das, was wir hier im 4-Stunden-Chart so halbwegs nicht erkennen können, dann hier im 5-Minuten-Chart, das ist das Ende seit dieser Tiefregion. Und entscheidet selber, ob ihr sagt, geil, so sieht das aus, wenn die Leute richtig Bock haben. Also wenn ich Leute zum Grillabend, zur Party oder sonst irgendwas einlade und dann ist das so ein Hin und Her. Ja, ich komme vielleicht dann möglich, weiß ich noch nicht. Also Begeisterung ist das nicht. Was ich hören will, ist ein Ja. Darauf habe ich gewartet. Endlich kann ich auch. Und das ist nicht das, was dieser Markt gerade verströmt. Wir nennen das Ganze ein Korrektivverhaltensmuster. Kann man sich relativ leicht merken. Immer wenn die Gegenbewegungen einer Bewegung überschneidend sind, wie hier. Das sind die Gegenbewegungen, die wir hier haben. Wenn die überschneidend sind, jetzt kann man sagen, ja, aber das ist doch hier irgendwie seitwärts. Na, ist es wirklich seitwärts? Punkt 1 ist es nicht seitwärts, es ist steigend. Punkt 2 ist, hier war das Tief. Aktuell ist der Kurs hier. Entscheidet selber, ob das seitwärts ist oder aufwärts. Ja, viele sagen verständlicherweise, aber es geht ja kaum Vortrieb. Das ist völlig richtig. Aber es ist nun mal keine abwärts- und eine Seitwärtsbewegung gibt es nicht. Seitwärtsbewegung sieht beim Chart so aus, dass er dann wie so eine Todeslinie hier zur Seite geht. Er macht ja was. Er geht ja auch nach oben, aber mit so wenig Interesse und man könnte auch sagen, mit so viel Panik zwischendrin, dass die Marktteilnehmer wieder sagen, ja, ich gebe lieber wieder alles her, das taugt doch eh alles nichts. Dass ich die Long-Seite nicht wirklich attraktiv finde. Trotzdem könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Kurs noch mal ein bisschen weiter nach oben geht. Ich würde es mir ehrlich gesagt sogar ein wenig wünschen, dass wir nach oben gehen. Und das zeigt sich noch mehr bei dem amerikanischen Indizes. Ich habe hier noch mal eine Skizze drin, das können wir noch mal frisch machen. Das ist der Dow Jones 4-Stunden-Chart. Nachdem wir das ja relativ toll aussehend hatten und der Markt allerdings nicht wackelig runter ist, dann hätte ich die Long-Seite präferiert. Ja, aber er macht es nicht, dann brauche ich ja nicht Long zu gehen. Was soll ich denn hier jetzt Long gehen? Im Gegenteil, er macht doch hier jetzt wirklich mit beiden Händen die Abwärtsseite sehr stark. Ja, ich mache das noch mal weg. Wenn ihr das mal so drüber legt, werdet ihr sagen, ja, hier war mal eine Pause, da war eine Pause, da vorne, da hinten, mehr oder weniger schnell. Das ist eine klassische, überschneidungsfreie Impulsbewegung. Ja, also schöner kann man nicht andeuten, dass man Bock hat auf weiterfallende Notierungen. Dann kommt sehr häufig eine Korrektur, eine Gegenbewegung. Ich mache das mal größer, dann könnt ihr das etwas besser sehen. Kommt eine Gegenbewegung und die sollte wohin reichen? Dafür gibt es eine Größenordnung. Messt vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt Fibonacci. Und merkt euch für den Hinterkopf, sehr praktisch ist, wenn der Kurs da hingeht. Streng genommen ist diese Box sogar noch weiter nach unten. Das Problem ist, wenn er weniger stark nach oben kommt, werden ganz schnell die Trades von dem Handling her unübersichtlich. Also der muss nicht da oben hinlaufen. Aber wenn er hier hinläuft, was durchaus sehr typisch ist, hat man eine gute Aussagekraft und trotzdem aber noch eine gute Mechanik dahinter, was die Geometrie angeht. Also sprich, wie viel habe ich Chance-Risiko-Verhältnisse? Aber das ist eine andere Geschichte, müssen wir gar nicht so sehr darauf eingehen. Viele von euch merken sich einfach, Schub in die Richtung, idealerweise korrektiv in diese Kiste rein, wäre super. Wir waren zwar schon da dran, ihr seht das, was will er denn, wir sind doch da schon drin gewesen, aber diese Bewegung ist nicht korrektiv. Wir merken uns, korrektiv ist dreiwellig oder von mir aus auch mehrfach mit Kursüberschneidung. Also wenn ihr eine starke Bewegung habt und eine A, B, C, dreiwellige Gegenbewegung, so sieht das aus. Ich mache das nochmal weg, dann könnt ihr es nochmal nackig haben, ach guck mal, alles weg hier, alles am Chart sehen, seht ihr das Schub? A, B, C, so und wenn wir das hier bekommen, das A, B, C, in dieser Box, spulen wir es nochmal zurück, das wäre optimal. So und was soll ich dann an dieser Stelle tun? Nichts. Wie, jetzt was? Du hast doch gesagt, das wäre jetzt super, da soll ich jetzt nichts tun. An der Stelle wird entschieden, ob das passiert oder das passiert. Das heißt, wer jetzt hier pauschal reingeht, kann jetzt, ich sage mal vorsichtig, eine 50-50 Chance sich ausmalen. Mit latenter Vorzug in die Abwärtsrichtung wegen dieser Vorgeschichte. Mein Short Entry wäre, wenn wir dann dieses Zwischentief hier durchstoßen. Wer jetzt nicht so lange warten will, das ist doch schade, wenn der Kurs da oben schon war und dann muss ich warten, bis er hier unten ist, bis ich loslege. Richtig, dann könnt ihr hier natürlich unter der Lupe gucken, ob er hier im kleinen, im 15-Minuten-Chart, Stunden-Chart, 5-Minuten-Chart, einen Schub runter und wackelig nach oben geht. Also das gleiche wie hier, nur dann eben auf einer kleinere Ebene, weil ihr werdet feststellen, dass diese Verhaltensmuster nicht so selten sind, als dass man sie nicht immer wieder finden kann und sagen kann, ja, wenn ich das mal sehe, dann handele ich mal danach. So, also ihr seht, die Erwartungshaltung bei mir ist, eigentlich müssten wir nochmal nach oben gehen. Also in die Box, die ich vorhin eingezeichnet habe. Ich habe hier mal eine neue vorbereitet beim S&P. 3.660 ist ein bisschen tiefer als die Fibomarke. 3.730 oder 40, das ist ein bisschen höher als diese Fibomarke. Das fände ich jetzt schon ziemlich cool, wenn er das machen würde. Denn das würde mir A, zeigen, dass die korrektiv ist. B, würde es einen hinreichend großen Rücksetzer darstellen, um anschließend wahrscheinlich die Abwärtsseite abermals nach unten, also in dem Fall die Bewegung zu forcieren. Also ihr seht, ich bin latent bullisch, was die nächsten Stunden angeht, aber nicht so sehr, weil ich das handeln will. Also das sieht doch alles nicht interessant aus für Handeln. Der Teil sah gut aus, wenn er wackelig wäre ich auch long gegangen, hat er aber nicht gemacht. Also nicht long gehen. Nicht im Vorauseiligen. Viele tun sich selber keinen Gefallen, indem sie immer sagen, ich mache es jetzt trotzdem mal schnell. Tut euch das nicht an. Nasdaq genau das Gleiche. Auch hier sind wir stark nach unten gekommen. Es wird jetzt entscheidend sein, ob der Kurs in dieser Zone jetzt wackelig hochkommt. Das spricht für eine Fortsetzung nach unten. Was würde mich überzeugen, doch die Longseite zu handeln? Als erstes bräuchte ich ein bisschen neues Tief, weil alles von diesem Tief, das ist dieses Tief hier. Also hier ist weniger Auflösung, hier ist höhere Auflösung. Von diesem Tief, ich mache das mal, das ist das Tief form, was ist es? 11. Oktober bei ungefähr 10.766 im Future. Diese Aufwärtsbewegung, das ist doch keine Impulsbewegung irgendwie. Viel zu viele Kursüberschneidungen. Das sieht für mich nach wie vor korrektiv aus. Ich brauche also einen Neuanfang. Also ich muss noch einmal tiefer gehen, egal wie tief, aber tiefer gehen, dass ich einen Neustart bekomme, der dann so aussieht. So ähnlich wie hier. Dann allerdings auch die Korrektur. Solange wir das nicht haben, ist das bullische Bild für mich höchstens in einer Wackelpudding-Situation, woher geht es halt noch mal nach oben. Keine Trading-Situation. Also fassen wir es kurz zusammen. Aktuell der Markt extrem unentschieden. Das ist ja auch eine Aussage, wenn der Markt sich nicht festlegen mag. Warum soll ich mich festlegen, wenn es die anderen Marktteilnehmer nicht machen? Bin ich jetzt so wichtig, dass ich... Nee, der Rüdiger hat sich festgelegt, das machen wir jetzt auch alle. Also das wird nicht der Fall sein. Wenn die anderen sich nicht festlegen, halte ich mich auch vornehm zurück. Im Moment also eher nichts tun. Gucken und hoffen, dass der Kurs hier wackelig hochkommt. Anschließend gerne die Abwärtsseite noch mal, wie in den Märkten besprochen, noch mal angreifen. Aktuell ist das allerdings eine saudove Situation. Das kann sich minütlich ändern. Wer will, kann natürlich das Gleiche auf sehr kleinen Zeitebenen versuchen zu finden. Wenn ihr irgendwo eine starke Seite, die ist jetzt leider nicht so stark gewesen, und dann wackele ich runter, dann kann man das natürlich auch im Nachmittagshandel dann vollziehen. Wartet allerdings auf diesen sogenannten Trigger. Aus meiner Sicht ist das immer eine gute Geschichte. Vielleicht ergibt sich da ja nachher was. Es könnte ja vielleicht sogar so aussehen und wackele ich in die Richtung. Das wäre dann wert, einen Zwischenlong im ganz kurzen in dem Fall dann hier zu erwägen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi für eure Tradingentscheidung. Und wir bleiben am Ball. Bis dann. Ciao, ciao.